...eine hügelige Landschaft nach dem Städtchen Grimma, wo meine Ehefrau, so gelobt ich später, Professor Gutfreund, ein Grundstück geerbt hätte, auf dem wir gegebenenfalls bauen wollten, insofern ich die Stelle in Schadras bekommen und meine Frau in den sächsischen Schuldienst übernommen würde. Klammer auf, solche sesshaft soliden Elemente in meiner Lebensplanung konnten nicht schaden. Vom Grimma waren es nur wenige Kilometer bis nach Kolditz. Die dortige Festung ist Schauplatz für nahezu jeden zweiten englischen Weltkriegsfilm, weil während des Krieges dort inhaftierte englische Offiziere ständig mit heldenhaften Ausbruchsversuchen beschäftigt waren. Nach dem Krieg bediente die Festung als Sammelstelle für enteignete Rittergutsbesitzer, dass ein so berühmtes Gefängnis, der ab nah an meiner zukünftigen Wirkungsstätte lag, gab mir in meiner Hochgestimmtheit damals nicht zu denken. Schadras, das seit dem 13. Jahrhundert als Weiler und Herrensitz zu Burgwald Kolditz gehört, erreichte ich in wenigen Minuten. Es liegt auf einer kleinen Anhöhe über Kolditz und besteht im Wesentlichen aus einem weitläufigen Park mit schönen alten Lautbäumen, dem eine Vielzahl von Klinikbauten und Villen alle im Anker-Steinbau-Kastenstil angeblich fatal bestehen. Seit 1864 werden hier psychisch kranke Sachsen behandelt. In den 20er Jahren kamen noch drei Klinikbauten in Gestalt von vollkommen überdimensionierten Jugendstil-Ferienhäusern hinzu, die als Lungenheilstätten dienten und Schadras so zu einer Art Leipziger Zauberberg machten. Ich mietete mich in einen kleinen, sauberen Landgasthof ein und begab mich auf einen Spaziergang durch den Park, beflügelt von der Vorstellung, dass das bald meine Klinik sein würde. Gegen 14 Uhr wurde ich zu Professor Gutfreund vorgelassen und traf auf einen großen, schlanken Mann mit Glatze und Haartranz, wohl Ende 40, der ruhig, bedächtig und etwas intellektuell wirkte und an einer Pfeife zog. Mein erster Gedanke war Typos Sozialpsychiater. Professor Gutfreund sagte, dass Professor von Berg ja wirklich in höchsten Tönen von mir gesprochen habe. Ich erwiderte, dass ich von der akademischen Psychiatrie in ihrer biologistischen Ausrichtung eigentlich ein wenig genug hätte, dass es mich nach Basisarbeit, nach sozialpsychiatrischer Kernerarbeit verlangte. Ich gab mich über von Berg's Lob sogar ein wenig verwundert. Der habe sich manchmal recht kritisch darüber geäußert, dass ich mich nicht rückhaltloser der Pharmatherapie verschreiben wollte. Beinäufig erwähnte ich einen Besuch bei Professor Basalia in Triest, das ist der Gründer der gemeindenahen Psychiatrie, und berichtete schließlich von meiner Arbeit beim Aufbau der Tagesklinik in Münster. Auch mein Interesse an der Forensik kam zwanglos zur Sprache. Professor Gutfreund schien dies alles recht gut zu gefallen. Er gab seiner Reserviertheit ein wenig auf und berichtete mir von der Einsamkeit des Westarztes im Beitrittsgebiet, das er als Vietnam bezeichnete, wo man ständig auf Minen dreht. Seine Frau lebte in Nürnberg, über die Wochenenden fahre er in der Regel heim. Zum Ende dieses wirklich sehr angenehmen Gesprächs, in dem wir immer mehr Übereinstimmungen in unseren Ansichten entdeckten, gab mir Professor Gutfreund zu verstehen, dass er mich gerne als seinen leitenden Oberarzt hätte, mir aber nichts versprechen könnte, denn schließlich läge die Entscheidung beim Ministerium. Das Ministerium war Trägerleckchen. Er werde sich allerdings für mich einsetzen und hoffe, dass die Positionen zu einer A15-Stelle aufgestockt werden. Da er während des ganzen Gesprächs kein Zeugnis hatte sehen wollen, hielt ich nun die Zeit für die Kommen, ihm meine beeindruckenden Unterlärmungsüberwachung. Mein Bewerbungsschreiben war ein weiser Voraussicht an das Sächsische Sozialministerium, an das Sächsische Sozialministerium über den Herrn Chefarzt gerichtet, sodass Professor Gutfreund gleich seine befürwortende Stellungnahme beifügen konnte. Ich verließ Schatras in dem Gefühl, den Professor Gutfreund einen Gönner und vielleicht sogar einen sympathischen Vorgesetzten gewonnen zu haben. Mein Gefühl trug mich nicht, denn ich erhielt schließlich im September eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch ins Sächsische Sozialministerium. Wie das Ministerium den Kampfdaten Dr. Postel unter die Blut nahm. Meine Erkundigungen ergaben, dass die Herren, denen ich mich vorstellen musste, überwiegend aus der evangelischen Kirche der DDR stammt habe, mit Psychiatrie... Ich tue Ihnen nichts. ...mit Psychiatrie mäßig vertraut waren und in erster Linie nicht von geldgierigen Western übers Ohr gehauen werden wollten. Welche Kleidung passt zu solcher Runde? Ich wählte mein dezent protestantisches Outfit. Nicht zu schick, aber auch nicht die Westherkunft leugnend, geschmackvoll, aber keineswegs einschüchternd. Leicht jugendlich, aber doch solide, also braunes Streetjacket mit leichtem Grünstich, kariertes Van Laakhemd in Blautönen ohne Krawatte, ein offener Kragenknopf, dunkelblauer Wollpullover mit V-Ausschnitt, Hosen aus Schwurwolle ohne Aufschlag, braune Schuhe mit Ledersohle geputzt, aber nicht glänzend. Als ich im Wartezimmer meine drei Mitbewerber musterte, konnte ich mit Befriedigung feststellen, dass ich offensichtliche Fehler wie schwarzer Anzug, seidenes Halstuch oder schreiende Krawatte, die auf einen ungezügelten Lebenswandelschießen ließen, vermieden habe. Meine Konkurrenten wurden relativ schnell abgefertigt, während ich schließlich eineinhalb Stunden bei den hohen Herren bleiben durfte. Den Vorsitz in der Runde führte der Leiter der Personalabteil und Ministerialdirigent Dr. Blechen. An seiner Stelle saßen verschiedene Ministeriale mit so wohlklingenden Titeln wie Leiter der Projektgruppe, Sächsische Krankenhäuser, Abteilungsleiter, Grundsatzfragen, Psychiatrie, Referent und schließlich Personalerverein. Außerdem entdeckte ich noch das sympathische Gesicht von Professor Gutfreund, der mir gütig zunickte. Dr. Blechen ging sofort in Medias Ries. Ob ich eigentlich glaubte, dass mein gewünschter Eintritt in das Krankenhaus Schadras reibungslos vonstatten gehen würde. Natürlich nicht, erwiderte ich eingedenk der Erfahrung, dass Protestanten es gern mögen, wenn man ihre Pseudoprovokationen mit Pseudo-Ehrlichkeit beantwortet. Natürlich wird es Reibungen geben, aber man wird sie positiv auflösen müssen. Demütig fügte ich hinzu, es ist natürlich auch klar, dass ich als Westarzt von den Ostkollegen eine ganze Menge zu lernen habe. Und um nicht allzu anbiedern zu wirken, und die Ostärzte umgekehrt von mir. Meine Synthese, man darf solche Konflikte, Reibungen und unterschiedlichen biografischen Erfahrungshintergründen nicht unter den Teppich kehren, sondern muss positiv mit ihnen umgehen, wie viel mein Gesprächs war. Obwohl ich vom evangelischen Hintergrund der Kommissionsmitglieder wusste, fand ich es nicht unpassend, sie darüber ins Bild zu setzen, dass ich mich in der katholischen Sozialarbeit erheblich engagiert hätte, ja, dass ich sogar direkt nach meinem Studium einige Monate bei Mutter Teresa in Kalkutta gehabt habe. Unaufgehend ließ ich die Herren wissen, wie sehr mich dieses kirchliche Engagement auch bei meiner zukünftigen Arbeit leiten würde. Ich konnte es mir deshalb auch leisten, auf Dr. Blechens warnende Bemerkung, bei Ihnen in Sachsen würden Ost und Ihnen keine Westarhilfe gezahlt, ausgesprochen beleidigt zu reagieren. So bescheiden sei ich nun auch wieder nicht, erklärte ich, dass man glauben dürfe, mich mit Geld abspeisen zu können. Ich hielt es eher für ungerecht, dass einige Ärzte hier in Sachsen nach Westtarifen bezahlt würden. Meine unbescheidene Bescheidenheit imponierte den Kommissionsmitgliedern, zumal der Vorsitzende Dr. Blechens schon angedeutet hatte, dass die Besoldungsfrage bei anderen Bewerbern ein Problem darstelle. Nachdem die Geldfragen für alle Seiten befriedigend abgehandelt waren, ich gehöre sowieso nicht zu der Spezies von Betrügern, denen es primär ums Geld geht, berichtete ich noch ein wenig darüber, dass ich während meines Studiums zu Bier und auch zu Havemann Kontakt gehabt hätte, einen Umstand, der von diesen professionellen Stasi-Hassern durchaus mit Wohlgefallen verzeichnet wurde. Als Professor Gutfreund spürte, wie gut sein Wunschkandidat bei den Ministerialen ankam, setzte er unnötigerweise noch eins drauf, in dem er mich fragte, wie meine Haltung zu Hierarchien sei. Ich erwiderte brav, dass ich an Hierarchien nicht sehr interessiert sei, sondern eher daran, wie man gemeinsam Menschen helfen könne. Professor Gutfreund wies noch darauf hin, dass ich auch psychoanalytische Ansätze vertrete, ohne jedoch dogmatisch zu sein, und dass er daran eine positive Ergänzung seines familientherapeutischen Konzepts sehe. Man achte bitte darauf, wie balanciert man in so einem Ministerium reden muss. Auch psychoanalytische Ansätze, also Methodenvielfalt sowieso, aber um das Auftauchen der möglicherweise als subversiv angesehenen Psychoanalyse noch weiter zu entschärfen, ist Dr. Postel bei seiner Anwendung der freudschen Gedanken nicht dogmatisch. Und wer jetzt noch Angst hat, darf sich mit der Überlegung beruhigen, dass diese postelischen Psychoanalyse-Einspränze ja auch nur als Ergänzung des familientherapeutischen Konzepts des Chefs anzusehen sind und deshalb nur ein wenig Salz in der allgemeinen Therapie zu darstellen. Zum Abschied riet mir Dr. Blechen am Abend in die Semperoper zu besuchen. Ein Vorschlag, den ich einfach dankbar aufnahm. Als er mir allerdings noch einen Tipp gab, wo ich gut essen gehen könnte, wusste ich, dass die Sache für mich gelaufen war. Auf dem Parkplatz des Ministeriums sah ich noch einmal kurz Dr. Blechen, der mir auch hultvoll zunickte, als ich wegfuhl. Was für eine Fügung, dass ich diesmal mit einem älteren Golf von Münster angeweist war und die wieder in einem Six-Mercedes, denn dieses nicht mehr ganz neue, unprotzige und doch solide Auto passte natürlich viel besser ins Bild des kirchlich abgeschierten Arztes, den das Ministerium eigentlich sucht. Wie ich mich hinsichtlich meiner Vorstrafe beruhigte. Eines an meinem Vorstellungserfolg, den mir Prof. Gutfreund einige Tage später noch telefonisch bestätigte, beunruhigte mich allerdings stark. Würde das Ministerium direkt eine Bundeszentralensteranfrage vornehmen oder ein polizeiliges Führungsverhältnis einholen? Da diese Sorge mich nicht mehr losließ, rief ich schließlich mich als Richter am Verwaltungsgericht, ich glaube, Dr. von Berg aus Leipzig aus dem, in der Personalstelle des Ministeriums an, wo ich mich mit einem Personalsachbearbeiter verbinden ließ. Ich säße gerade über einen Fall, in dem die Verwaltungspraxis des Ministeriums, nämlich ob bei Neueinstellungen nach eventuellen Vorstrafen geforscht werde, entscheidungserheblich sei. Der Sachbearbeiter erklärte mit einer mich vollkommen beruhigenden Bestimmtheit, dass das Ministerium außer einer Anfrage bei der Gaukbehörde, so hieß das damals, keine weiteren Auskünfte eindruhte. Ich bedanke mich sehr. Bei Gauk lag selbstverständlich nichts gegen mich vor. Von meinem Standpunkt aus war gegen den Grundsatz der sächsischen Staatsregierung lieber einen unqualifizierten Betrüger als einen qualifizierten Stasi-Mann einzustellen, nichts einzugämmen. Das Primär der Ideologie feiert sich hier mit umgekehrten Vorzeichen fröhliche Urständ, so dass ich am 15. November 1995 meine Stelle antreten konnte und bereits gegen 9 Uhr von Prof. Gutfreund in meine neuen Aufgaben eingewiesen wurde, nachdem er mir zuvor die Ernennungsurkunde des Ministeriums überreicht hat. Warum es mir so schwerfällt, über meine Tätigkeit im Schatras zu berichten. Eineinhalb Jahre nach dieser Zeremonie wurde ich enttarnt und trat, noch bevor es zu einer Aussprache in Abwesenheit von Ministeriumsvertretern kam, weil ich mich indisponiert fühlte, einen Erholungsurlaub an. Einige behaupten, ich sei durch Flucht einer Verhaftung zuvor gekommen. Tatsächlich schreckte mich jedoch weniger die Polizei als die Häme meiner Kollegen und Untergebenen. Dieser Erniedrigung wollte ich mich nicht aussetzen. Gleichwohl mag ich nicht bestreiten, dass es sich um unbezahlten Erholungsurlaub handelte und dass ich während dieser Urlaubszeit jeden offiziellen und persönlichen Kontakt mit der Polizei vermieden habe. Richtig ist ferner, dass ich während dieser Zeit durchweg inkognito reiste und beim Anmieten von Hotelzimmern oder Apartments davon absahm, einen wahren Namen zu verwenden. Nun werden Sie sicher fragen, weshalb ich diesen Zeitspruch mache und nicht einfach chronologisch berichte, wie es mir in Schatras in den anderthalb Jahren meiner Tätigkeit als Oberarzt ergangen ist. Der Grund ist der, dass Inhalt und Bewertung meiner Tätigkeit dort höchst umstritten sind. Und schließlich will man juristisch nichts falsch machen. Immerhin ist zu bedenken, dass auch ein großzügiger Verleger sich nur ungern vor Gericht ziehen lässt. Die Klinikleitung und wohl auch das Ministerium möchten den allgemeinen Rufschaden so klein wie möglich halten. Es gab eine Zeit lang Versuche zu behaupten, ich sei lediglich im organisatorischen Bereich tätig gewesen und zudem überwiegend im Maßregelverzug, hätte also eigentlich fast nur mit psychisch kranken Straftätern zu tun gehabt, wobei dieser Entlastungsschiene wohl die Annahme zugrunde lag, dass es sich dabei um eine Art minderen Patienten Guts handele und deshalb der Unmut der Öffentlichkeit sich in Grenzen halten werde. Immerhin werden ja auch im Gefängnis Straftäter im Wesentlichen von Irrsgleichen erzogen. Später ließ ich dann nicht mehr bestreiten, dass ich auch für eine allgemeine und eine gerontopsychiatrische Station und für eine forensische Station den Maßregelvollzug zuständig war. Es ergab sich im Laufe der Vermittlungen auch, dass ich bei der internen Leistungsbeurteilung durchweg hervorragend bewertet wurde. Meine Klinikkollegen und meine untergebenen Ärzte befleißigten sich dennoch nach meiner Enttarnung zu sagen, dass ihnen schon immer aufgefallen sei, dass ich nur über rudimentäre psychiatrische und psychotherapeutische Kenntnisse verfügte. Manche beklagten sich über mein herrisches Auftreten, andere betonten, dass ich immer sehr geschickt vorgegangen sei, die zuständigen Stationsärzte bei jeder Entscheidung um ihre ärztliche Meinung gefragt hätte, nie selbst gespritzt hätte und im Übrigen nur einen zartrachten, aber gescheiterten Versuch gemacht hätte, eine Patientin zu therapieren. Wie ein Antrag Problem, der berichtete, belustigt, dass in meiner fehlenden Qualifikation aufgefallen sei, als ein psychotischer Patient versucht habe, mich körperlich anzugreifen und ich ängstlich reagiert hätte. Ich will überhaupt nicht bezweifeln, dass alle diese Aussagen von dem Bemühen um Wahrheit getragen sind. Ferner glaube ich auch, dass alles, was Leitung und Kollegen sagen, letztendlich für meine Verteidigung nicht ungünstig ist. Wie ich ihn jetzt zu meiner Verteidigung gemeine Lügen zurechtlege, da wird jetzt sozusagen die Wahrheit gekleidet in das Geheim der Lüge, um sie justiziabel zu machen. Wir hatten damals Angst, dass eins, weil ihr in die Verfügung kommt und das Buch irgendwie verbietet. Eine Zeit lang hatte ich mit dem Gedanken gespielt, mich mit fantastischen Geschichten, also mit Lügen zu verteidigen. Um ihnen die ganze Gemeinheit und Abscheulichkeit zu offenbaren, will ich ihnen einige dieser Fabrikationen zum Besten geben, die mit der Realität selbstverständlich nicht das Geringste zu tun haben. Mein Plan war zu behaupten, ich sei zwar kein echter Arzt gewesen, aber in dem Lotterladen, der Schad, was bei meinem Eintritt war, hätte das überhaupt keine Rolle gespielt. Zwar seien dort eine Reihe von Kollegen mit formal gültigen Berufsabschlüssen tätig gewesen, aber diese seien teilweise derart unqualifiziert gewesen, dass es gerade mein Verdienst ausgemacht habe, die schlimmsten organisatorischen und medizinischen Missstände abgestellt zu haben. Eine Fantasiefigur, Dr. Olivares. Um diese These plausibel zu machen, hatte ich mir ausgedacht, ich hätte in einer meiner Stationen einen 63-jährigen Assistenzarzt gehabt, der aus Brasilien stammte und Dr. bei Olivares geheißen habe. Olivares behauptete, er habe sich in seiner Heimat habilitiert und sei vor seinem Umzug nach Schadras Leiter eines gigantischen psychiatrischen Hospitals mitten im Urwald gewesen. Nahezu 300 Ärzte hätten unter ihm gearbeitet. Eine seiner ständigen Redensarten war, in meinem Urwald-Hospital sind 50% der Patienten geheilt worden, 50% naja. Olivares war ein absoluter Exot. Unter dem Arztkittel trug er stets nur ein Unterhemd. Seine Hose wies infolge einer leichten Inkontinenz ständig Haarflecken auf. Er war unsauber und extrem sparen. Er hatte die Angewohnheit, sich vornehmlich aus Konservenbüchsen zu ernähren, wobei er die Nahrung meist mit den bloßen Händen zum Munde führte, da er den Gebrauch von Löffel und Gabel für überflüssig hielt. Tauchte er irgendwo in der Klinik auf, schloss man alle herumstehenden S-Wagen schleunigst weg, weil er die Gewohnheit hatte, alles S-Bealer sofort zu vertilten. Es war deshalb auch kein Wunder, dass Oliver's Körperumfang beachtliche Ausmaße angenommen hat. Dabei war er aber entsprechend seinem südamerikanischen Temperament ungeheuer freundlich, manchmal sogar herzlich. Da er schlecht deutsch war, war die Verständigung mit den Patienten eher schwierig. Auch das Abfassen der Arztbriefe war ihm nur mit erheblichem Aufwand möglich. Zum Ausgleich für seine mangelnde Diktatsicherheit begann er deshalb ein Verhältnis mit einer Sekretärin der Klinik, die ihm als Dank für seine Liebesdienste wunderbare Arztbriefe erfand. Die einzige Vorgabe, die er erbringen musste, waren der Name des Patienten, das Aufnahmedatum, das Entlassungsdatum und das psychiatrische Etikett, die Diagnose. Alles andere oblag der Fantasie der Gegriffe. Olivares entwickelte im Übrigen eine Theorie, die die Vielfalt klinischer Zustandsbilder drastisch und mit arbeitssparendem Effekt reduzierte. Er war nämlich der Auffassung, dass Depressionen in Wirklichkeit Schizophrenien seien. Aus seinem Urwald-Hospital kannte er am Psychopharmaka lediglich Halopimidol, von dem er dann auch großzügig Gebrauch macht. Wegen seiner Einheitsdiagnose verabreichte er dieses Mittel zu allen seinen Patienten und zwar in Form von Depotspritzen, damit alle Beteiligten ein wenig ihre Ruhe hatten. Seine Spezialität war es, Patienten durch die Pyjama-Hose beziehungsweise durchs Nachhinein zu spritzen. Öfters so fantasierte ich, hätte ich ihn sagen, lass Hose an und schon sei die Kanüle im Oberschenkel gewesen. Ich musste als Oberarzt von dieser unhygienischen Spritzpraxis des Dr. Olivares dem Klinikchef berichten, der selbstverständlich wegen der damit verbundenen Infektionsgefahr über die Handlungsweise des Dr. Olivares enthört war. Somit ist durch meine Intervention diese unvermännische Handhabung zum Wohle der mir anvertrauten Patienten unterbunden worden. Olivares, so fantasierte ich, war ein äußerst ökonomischer Arbeiter. Er hatte die Angewohnheit, um Punkt vier nachmittags den Griff fallen zu lassen. Wenn sich irgendwo ein Vorfall gerade bei Dienstende ereignete, sagte er einfach Schwester, rufen Sie Bereitschaftsarzt an und verließ die Station. Wegen seiner mangelhaften Deutschkenntnisse hatte Dr. Olivares dem einige arbeitsökonomische Schutzmechanismen entwickelt. Wenn die Polizei oder niedergelassene Ärzte anriefen, konnte er oft dem Gespräch sprachlich nicht folgen. Nicht selten legte er in solchen Situationen deshalb einfach den Hörer auf. Wenn er Nachtdienst hatte, gab es bei ihm nie Neuzugänge, weil er stets erklärte, die Klinik sei überbeliebt. Für die Ergebnisse von Zusatzuntersuchungen, die einer seiner Vorgesetzten in Auftrag gegeben hatte, konnte er schlicht kein Interesse aufbringen. Beispielsweise wurde bei der Chefarztvisite die Fertigung eines Computertomotrans angeordnet. Wenn dann der Ergebnisausdruck ihm vorgelegt wurde, heftete er ihn ohne ihn eines Blickes zu würdigen in der Patientenakte ab. Selbst so einfache Grundsätze wie der, dass bei Fixierungen, so bezeichnet man in der Medizinersprache das Festbinden wehrloser, kranker Menschen, wie er aus Gründen allgemeiner Arbeitsersparnis gerne anordnete, wenigstens eine Embolieprophylaxe vorgenommen werden muss, waren ihm unbekannt. Einmal geriet ich mit Dr. Olivares heftig aneinander, weil er nämlich das von mir bei der Oberarzt die sie der angeordnete Chirurgische Konzil für eine verklagte, nicht durchgeführt hatte. Meine Kritik beantwortete er mit einem gespielten Herzanfall. Er ließ sich auf ein leerstehendes Krankenbett fallen und griff sich dramatisch an die Brust. Als ich keine Ansteigen machte, ihm beizustehen, stand er einfach wieder auf und sagte Flehen zu mir, Herr Oberarzt, tun Sie so etwas nie wieder an. Ansonsten, so spann ich meine Geschichte weiter, kam ich gut mit ihm aus, weil er ein lustiger Kerl war und im Übrigen nicht so wie andere zu Intrigen neigte. Auch bei Professor Gutfreund hatte er ein Stein im Brett, weil er für Hausfrauen aus der Leipziger Neubargeoisie Kurse in Voodoo-Medizin abhielt, wovon Professor Gutfreund sich eine höhere Akzeptanz seiner Klinik bei Privatpatienten verschlagt. Gemein, wie ich bin, dachte ich mir auch noch aus, Professor Gutfreund sei Dr. Olivares irgendwie verpflichtet, weil dieser ihm die Habilitation an einer brasilianischen Urwald-Universität angeboten hatte und auch für ihn die dazu notwendige Arbeit auf Portugiesisch zu verfassen. Es versteht sich von selbst, dass daran kein wahres Wort ist. Wie ich das Land Sachsen vor großen Schaden bewahrte. Und ein Haar hätte übrigens der Umstand, dass ich Ostern 1996 zufällig das Richtige tat und dies auch noch gut verkaufte, zu einer Trennung von Professor Gutfreund geführt. Und das kam so. Mein Chef, Professor Gutfreund, hatte bereits am Gründonnerstag 1996 seinen wohlverdienten Oster- Urlaub angepreden und zu seiner Familie nach Nürnberg gereist. Ich, sein Oberarzt, war in Schadras zurückgeblieben und trug nun während des Auferstehungsfestes die alleinige Verantwortung auch für den Maßregelvollzug, also jenen Teil der psychiatrischen Klinik, in dem psychisch kranke Straftäter untergebracht. Von dort wurde mir hintertragen, dass einige Insassen planten, in der Zeit zwischen dem höchsten protestantischen Feiertag, Karfreitag, und dem höchsten katholischen Ostersonntag, gemeinsam auszubrechen. Nicht auszudenken, was einige Triebtäter im Verein mit schizophrenen Mördern außerhalb der Anstalt für einen Unheil hätten anrichten können. Schnelles und entschlossenes Handeln in Tatnot. Ich beschloss, die Verschwörung zu zerschlagen, die Anführer zu trennen und zu isolieren. Meine Freunde vom Landeskriminalamt schickten mir, nachdem ich das Justiz- und das Sozialministerium Herr Telefax auf die Gefahrenlein hingewiesen hatte, ein Spezialeinsatzkommando, das die verdatterten Konspirateure handstreichartig in Gewahrsam nahm und auf andere sichere Anstalten des Freistaates Sachsen verteilt. Als meine Förderer aus dem Sozialministerium am Dienstag nach Ostern ihren Dienst wieder antraten, lag ihnen bereits mein Bericht vor, in dem ich sachlich, aber nicht ohne Sinn für Dramatik schilderte, wie ich während der Feiertage dieser furchtbaren Gefahr für Sachsen begegnet war. Nun muss man wissen, dass es für die politisch Verantwortlichen nichts Unangenehmeres gibt, als wenn verrückte Kriminelle unerlaubt eine Anstalt verlassen und die Bevölkerung daob in Angst- und Schrecken versetzt, nach einem Schuldigen sucht. Es gehört also wenig Fantasie dazu, sich vorzustellen, welch wohliger Schauer meinen Ministerialen bei dem Gedanken überkam, durch mich von einem Unhalt bewahrt worden zu sein, das leicht ohne die Wachsamkeit dieses wunderbar tatkräftigen Oberarztes zu fürchterlichen Zornesausbrüchen ihres gottähnlichen Ministers geführt wird. Solche Männer braucht das Land, werden einige Herren im Ministerium gedacht haben, denn anders lässt es sich nicht erklären, später von dort wieder fuhr, wie das Ministerium mich um ein Haar zu einer weiteren Betrugstat verleitete. Drei Tage nach Ostern wurde ich zu einer Nachbesprechung ins Staatsministerium bestellt, der ich nichts ahnend Folge leistete. Ich vermutete, dass man anhand der Osterereignisse noch einmal über Sicherheitsfragen im Maßredevollzug sprechen wollte. Im Ministerium waren meine österlichen Heldentaten jedoch nur noch ein Nebenthema. Der zuständige Abteilungsleiter schlug mir nämlich überraschend vor, die Nachfolge von Professor Dr. Konrad als Chefarzt in Arnsdorf anzutreten, dort in Maßregelvollzug. Ich war vollkommen sprachlos, suchte nach Worten. Allein der Gedanke Nachfolger von Professor Konrad, dem einzigen ungebrochenen Spieler des großen Professor Rasch aus Berlin, ganz berühmtes Buch geschrieben, die Tötung des Intim-Badners. Nachfolger ist der noch größere Hans Ludwig Krömer geworden. Nicht Gestalt. Gutachten gerne schreibt auch ohne mit Patienten zu sprechen. Übrigens, der Rasch hat, nachdem er erfahren hatte, dass es Krömer zum neuen Ordinarius bestellt werden sollte, die Klinik nicht mehr betreten. Einen Moment überlegte ich, ob die Ministerialen vielleicht inzwischen meinen wahren Bildesgang herausbekommen hatten und mich einfach noch einmal richtig foppen wollten, bevor sie mich dem Staatsanwalt übergaben. Aber mir blieb keine Zeit, solchen Gedanken nachzuhängen, denn der Referent schaute auf seine Uhr und sagte, dass wir uns jetzt in den Besprechungsraum begeben müssten. Halbbewusstlos trottete ich hinter ihm her, ich, der Betrüger, der Täuscher, der Einfädler, unwillkürlich ein hilfloses Objekt der Machenschaften der Ministerialbürokratie. Im Besprechungsraum hatte sich alles, was im Ministerium auf diesem Sektor Rang und Namen hat, versammelt, sieht man einmal vom Staatssekretär und vom Minister selbst ab. Die schüttlichen Mienen. Nein, sie begrüßten mich freundlich, fast kollegial. Landau, einer der wichtigsten Leute im Ministerium, redete sofort auf mich ein, ich solle die Stelle in Arnsdorf annehmen. Meine Einwendungen, dass ich doch gerade mal eben meine Probezeit in Schatras absolviert hätte und dass meine forensischen Erfahrungen, die man für Arnsdorf als Unterbringungskrankenhaus ja wirklich nun bräuchte, ziemlich begrenzt sein, wischte Dr. Landau mit dem Hinweis beiseite, Professor Gutfreund, habe mir doch gerade eine geradezu hervorragende Zwischenbeurteilung erteilt. Damit hatte er natürlich nicht ganz Unrecht. Professor Gutfreund hatte mir ein derart schmeichelhaftes Zeugnis für meine Personalakte ausgestellt, dass die Staatsanwaltschaft nach meiner Entdeckung einige Schwierigkeiten hatte, sich eine Kopie dieses Zeugnisses für ihre Ermittlungsunterlagen zu beschaffen. Dermaßen peinliche Dokumente gibt schließlich niemand gerne aus der Hand. Ich habe das dann aber facsimiliert im Buch abgedruckt, da steht dann der leitende Oberarzt Dr. Postel übertrifft die Erwartung. Da Dr. Landau mich wegen der Übernahme der Arnsdorferstelle regelrecht bekniete, erwachte meine alte Frechheit und ich sagte, dass ich dann schon fast lieber ins Ministerium gehen würde. Dr. Landau, der gewiefte bürokratische Fuchs, parierte meine Unbescheidenheit geschmeidig. Wissen Sie, Herr Dr. Postel, eigentlich hatten wir uns ernsthaft als eine Vorschufe für eine Abteilungsleiterstelle im Ministerium gedacht. Wenn Sie sich dort bewerben, und daran besteht ja kein Zweifel, dann ist ein späteres Überwechsel ins Ministerium die natürliche Folge. Es gab zwar in der Runde auch ein paar Teilnehmer, die mir kritische Fragen stellten, aber die maßgeblichen Leute waren derart auf mich fixiert, dass ich schließlich einwillig bin, mich für die Stelle zu bewerben. Solche Stellen werden nämlich formal ausgeschrieben, selbst wenn im Ministerium die Besetzung faktisch bereits entschieden ist. Ich verließ die illustre Runde in dem Wissen, dass mein alter Freund und Förderer Dr. Blechen der Personalschefs des Ministeriums eine Ministervorlage zu meinen Gunsten schreiben würde. Zwar fürchtete ich anfangs, in der exponierten Stellung eines Chefarztes könnte ich leichter als Betrüger entlarvt werden, weil es dann schwierig werden würde, meine untergebenen beheilten medizinischen Entscheidungen im Rat zu fragen, mich ist gegenwärtig zu meiner eigenen Absicherung in Schabastrat. So ein Chefarzt muss schließlich auch, wenn er sich demokratisch gibt, in entscheidenden Situationen Führungsqualitäten zahlen. Dann aber gewann bei mir der lächerliche Gedanke, die Oberhand eine so hohe Stelle bedeute auch für einen Betrüger mehr Sicherheit. Wenn ich als Kandidat des Ministeriums auf diesen Posten gehievt würde, müsste das Ministerium beinahe zwangsläufig Kritik gegen meine Person und meine Amtsführung energisch unterdrücken. Ich ging sogar so weit zu glauben, dass das Ministerium es sich nach meiner Berufung als Chefarzt gar nicht mehr leisten könne, selbst bei vorliegenden entsprechenden Beweismaterials, meine Entlarvung als Hochstapler zuzulassen. Angesichts der Fülle von Wohlwollen, die mir aus dem Ministerium entgegengebracht wurde, schien es mir angebracht, mich meinerseits erkenntlich zu zeigen und so beschloss ich, in die CDU einzutreten. Wer in Sachsen etwas werden wollte, damals ging zu den Christdemokraten. Dass es schon für einen Oberarzt von Vorteil sei, dieser sächsischen Staatspartei beizutreten, hatte mir bereits die Verwaltungsleiterin der Schalkasser Kliniken bedeutet. Und da ich wenig davon halte, Dankbarkeit einfach im Stillen zu bezeugen, rief ich wenige Tage nach meiner Bewerbung für Arzt auch morgens gegen 6.30 Uhr bei Ministerialdivigent Dr. Blechen im Ministerium an und fragte, ob er persönlich bereit sei, mir die nach der Satzung erforderliche Empfehlung eines anderen Mitglieds für die Aufnahme in die CDU zu geben. Selbstverständlich bin ich ihr Bürger, sagte Dr. Blechen. Mein Entschluss käme im Übrigen für ihn nicht überraschend. Er habe fast damit gerecht. Er habe jedenfalls schon seit einiger Zeit gehofft, dass ich Mitglied werden werden. Dass ich Dr. Blechen zu so früher Morgenstunde anrief, lag im Übrigen daran, dass ich von seiner Sekretärin erfahren hatte, dass ihr Chef bereits um 6 Uhr seinen Dienst im Ministerium beginne und er gerne sähe, wenn Mitarbeiter aus seinem Geschäftsbereich ebenso früh sich der Belange des Freistaats annehmen. Audienz beim Minister. Als ich 10 Tage später gegen 18 Uhr zur Audienz beim Minister geladen war, wusste dank meines Bürgen bereits jeder im Ministerium, dass Dr. Post und Mitglied des CDU-Ortsverbandes Kolditz und des Kreisverbandes Grimma werden wollte. Dem Minister, dem ich gleich gegenüber treten sollte, kannte ich nur aus der Art und Weise, wie seine Untergebenen über den Strachen. Danach schien er mir ein gottähnliches Wesen zu sein, dessen Zorn man fürchten und dessen Zuneigung man sich unbedingt erhalten musste. Als dann ein freundlicher Herr auf mich zukam und ganz nonchalance zu mir sagte, guten Tag, Herr Postel, ich bin gleich wieder da, ich muss nur noch schnell zur Toilette gehen, war ich ganz erleichtert. Der Mann stand offenbar mitten im Leben, hatte menschliche Bedürfnisse und redete sogar darüber. Herr Dörner, das gefällt Ihnen. Sie gefallen mir sowieso. Herr Totsalaminga, Herr Totsalaminga. Sieh mir nicht so. Weiß ich, weiß ich, aber das ist Ihr Problem. Ihr Problem. das Gespräch mit mir bestritt der Minister, obwohl es anderthalb Stunden dauerte, im Wesentlichen allein. Er stellte mir seine Ideen zur Enthospitalisierung vor, dem ich zustimmte, was er offenbar gewohnt war. Dann ging er dazu, über ziemlich pointenlose Geschichten zu erzählen. Eine von Ihnen ging so aus der Unterbringungsanstalt, Paragraf 63. In Arnsdorf ist einmal ein Kinderschänder ausgebrochen. Da ich dort in der Gegend wohne, so sagt der Minister, bin ich mit meinem Privatauto zur Anstalt gefahren und habe gesagt, ich bin der Minister, ich will mir jetzt mal die örtlichen Gegebenheiten anschauen, wie dieser Kinderschänder hier ausgebrochen ist. Da haben die an der Anstaltspforte zu mir gesagt, ich bin der Minister, kann doch jeder sagen, sie haben mich nicht reingelassen. Über diese Geschichte, die wahrscheinlich nur komisch ist, wenn man seine gottähnliche Stellung in Rechnung stellt, musste der Minister ganz herzlich lachen. Ich stimmte heftig in sein Lachen ein, nicht aus Hünftigkeit, sondern weil ich saukomisch fand, dass der Minister solche Geschichten erzählen hat. Plötzlich guckte der Minister auf seine Ohr und sagte, er müsse zu einem nächsten Termin aufbrechen. Dr. Blechen berichtete mir im Nachhinein, der Minister sei von dem Gespräch mit mir sehr angetan gewesen. Ich sei insbesondere der erste Chefarztkandidat gewesen, der ihm keine Gehaltsdiskussion aufgebringt hat. So. Ich bin ja therapeutisch der tragischen Situation. Sie klatschen nicht für ein Verhalten, dass da irgendwie positive Verstärkung für solches Tun ist. Wo ist therapeutisch nicht so günstig, oder? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020